Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo. Ja, zwei Tage verspätet, aber es ist da das Vorstellungsvideo für meine kleine Wintermagic. Meine Apfelschimmel-Isländer aus New Hillcrest, die am Wandern, ich glaube am Donnerstag, bei mir eingezogen ist. Donnerstag oder Freitag? Donnerstag und Freitag kam das Video. So rum war es. Ja, meine Wintermagic oder auch Sternchen, mir hatte jemand in die Kommentare geschrieben, Stiana ist glaube ich die isländische Bezeichnung für Sternchen, würde natürlich auch ultra knuffig klingen und würde damit sehr sehr gut zu ihr passen, denn sie ist wirklich eine absolut süße. Und auch wenn dieser Isländer von der Farbe her so ein bisschen in der Kritik steht, was ich auch aus den Kommentaren rausgelesen habe, ich muss ehrlich sagen, ich mag sie jetzt schon unheimlich gerne. Ich freue mich jetzt schon zur Weihnachtszeit mit ihr durch den Schnee zu preschen und sie ist einfach so knuddelig. Oh je, oh je. Aber bevor ich jetzt noch mehr Schwachsinn erzähle, glaube ich, fange ich einfach mal an mit dem Musikvideo. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Es wird eisig. Und ja, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!